Ich möchte die Zeit jetzt noch nützen, um euch und Ihnen einen Solo-Gesangstar aus Italien vorzustellen, ein unwahrscheinliches Frauenzimmer. Die heißt Marcella, ist also bezaubert, aber abgesehen davon, diese Stimme, die muss man echt gehört haben und das empfehle ich jetzt als Leckerbissen. Bitte, Marcella! Ich hoffe, dass das Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020